Ein Volkswagen Golf steht hier zum Verkauf. Fünf Personen haben in dem schwarzen Fünftürer Platz. Der Kilometerstand des Autos liegt bei weniger als 118.000 Kilometern. Die Erstanmeldung war Mitte 2011. Die Limousine verfügt über zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Navigationssystem, Einparkhilfe, Partikelfilter, Bluetooth, und vieles mehr. Unter der Haube gibt der sparsame Diesel eine Leistung von 170 PS an das Schaltgetriebe ab. Der angegebene Verbrauch liegt bei nur 5,1 Litern pro 100 Kilometer. Kontaktieren Sie uns, wir informieren Sie gerne näher. Untertitelung des ZDF für funk, 2017